Was geht ab Leute, in diesem Video zeige ich euch wie ihr den Computersound, egal von welcher Quelle, also Browser, VLC Player oder sonst irgendetwas, sehr einfach und komplett kostenlos aufnehmen könnt. Das einzige was ihr dafür braucht ist ein Soundaufnahmeprogramm, zum Beispiel Audacity, das ist komplett kostenlos zum Download für Mac und Windows und natürlich dementsprechend eine Soundquelle. Bevor es aber weiter geht, nicht vergessen kostenlos zu abonnieren und auch die Abo Glocke zu aktivieren und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen, damit hilft ihr mir wirklich sehr und jetzt geht's los. Natürlich könnte man jetzt auch ein Kabel nehmen von seinem Lautsprecherausgang in seinen Mikrofoneingang und würde damit genau das gleiche bewirken, aber ich zeige euch das wie ihr das auf digitaler Ebene machen könnt. Wichtig, das ist keine Anleitung um irgendwelche illegalen Sachen aufzunehmen und zu verbreiten, falls ihr etwas aufnehmt von dritten, dann solltet ihr auch dementsprechend die Erlaubnis dafür haben. Ich nehme jetzt hier mal den Sound von einem meiner letzten Videos auf und als allererstes ist es wichtig, dass ihr in den Soundeinstellungen, da könnt ihr hier auf das kleine Symbol, je nachdem welche Version ihr von Windows jetzt benutzt, auf Soundeinstellungen gehen und dann geht ihr hier auf Audio Geräte verwalten und wichtig ist, dass ihr dann den Stereo Mix hier aktiviert. Das gleiche funktioniert auch über die Systemsteuerung, da geht ihr auf Sound und dann geht ihr auf Aufnahme, rechte Maustaste, deaktivierte Geräte anzeigen, falls das nicht angezeigt werden sollte bei euch und dann gibt es den Stereo Mix hier, den einfach aktivieren, ihr könnt euch das wieder ausblenden lassen. Wichtig ist, dass das hier als Standardgerät dann eingestellt ist und wichtig ist auch, falls ihr hier mehrere Wiedergabegeräte habt, ich mache das nämlich sehr viel über den LG Widescreen, den ich hier nutze, dann solltet ihr auch den Realtek High Definition Lautsprecher als Standardgerät auswählen. Das ist ganz wichtig und warum auch immer ist es wichtig, dass am Ausgang, am Computer, am Motherboard ein Kabel dran ist, denn als ich das gemacht habe und da kein Kabel dran war, hat das nicht funktioniert. Ich habe jetzt Kopfhörer angeschlossen und jetzt funktioniert das Ganze. Also für den Fall, dass bei euch der Weg nicht funktionieren sollte, einfach etwas anschließen und dann sollte das gehen. Also die Soundkarte braucht sozusagen ein Signal, was sie dann auch rausgibt. Das ist nämlich wichtig. Einfach auf OK drücken und dann wechselt ihr zu Outer City. Wenn ihr jetzt hier ins Mikrofon guckt, dann seht ihr, hier ist das jetzt noch nicht aufgeführt. Also einfach Outer City nochmal neu starten. Zurück in Outer City ist es dann wichtig, dass wir hier bei der Mikrofoneinstellung den Stereo Mix aktivieren. Wenn wir jetzt den Stream hier starten und das mal checken wollen, dann können wir hier auf klicken, um Überwachung zu starten drücken. Und dann seht ihr, dass hier ein Pegelausschlag ist. Wenn wir das Ganze aufnehmen wollen, das ist ganz einfach. Wir drücken hier auf das Rekordzeichen, dann wird der Stream aufgenommen. Starten den Stream. Heute schauen wir uns nicht nur, stoppen wir das Ganze, wenn das natürlich fertig ist. Und bei Outer City ist es so, dass ihr dann einfach mit gedrückter Maustaste und der Entfernen-Taste hier euch diesen leeren Bereich entfernen könnt. Jetzt ist nur noch das da, was wichtig für uns ist. Und dann gehen wir auf Exportieren. Und dann könnt ihr das als MP3 oder Wave exportieren, was euch eben lieber ist. Und ihr seht, so einfach funktioniert es. Was mich jetzt noch interessieren würde, wofür würdet ihr so eine Desktop-Aufnahme nutzen? Was würdet ihr damit machen? Was würdet ihr aufnehmen oder was nehmt ihr vielleicht schon längst auf? Vielleicht kennt ihr noch andere Wege? Dann schreibt es gerne runter in die Kommentare. Teilt gerne euer Wissen auch mit den anderen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.